Hallo! Ich bin total zerstochen. Mann! Das juckt alles so sehr. Ja, danke Kerstin für den schönen Abend gestern. Ich bin total zerstochen. Mann, keine Ahnung, was die da für Monstermücken haben. Aber alle auf mich? Ich weiß nicht, ob es noch mal ein Parfüm lag. Ja, herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Herzlich willkommen in meiner Küche. Es ist Verlosungszeit und ich habe Urlaub. Beziehungsweise wir haben Urlaub. Jetzt zwei Wochen. Keine Angst, Videos werden weiterkommen. Ich habe ja gesagt, ich mache doch keine Pause. Also alles gut. Ich muss morgen zum Zahnarzt. Ja, also was steht im Urlaub so an? Ja, morgen muss ich zum Zahnarzt. Am Donnerstag, Freitag, Samstag fahren wir ja nach Österreich für ein paar Tage, glaube ich noch nicht. Und dann schauen wir mal, was wir noch so machen. Schwimmen gehen vielleicht. Und ich werde auf jeden Fall Schwimmsachen mitnehmen, auch wenn wir dann nach Österreich fahren. Ja, also ich muss morgen einfach nur zur Kontrolle und habe ich mir einen Termin gemacht und hier unten der Zahn. Da muss eine neue Füllung rein. Oh ja, gibt Schlimmeres, ne? Spritze geben und gut ist. Ja, sonst nichts Neues. Steffi-Box? Nein, nicht Steffi-Box. Maskenwoche. So sieht man aus. Es haben mitgemacht... 30 waren es diesmal. Jetzt schauen wir doch mal, wer diesmal die Maskenwoche gewonnen hat. Die ja nicht so toll war, ne? Mit der Hey-Maske. Oh, Motorräder sind wieder ohne Ende unterwegs. Ich könnte mich totkratzen, ne? Und wenn, dann stichen sie sogar wieder auf den Kopf und auf meinen Knobeln hier runter. Ach Gott, ey. Na ja. So. Und es ist einfach zu warm, ne? Ich hoffe, das wird jetzt mal langsamer Herbst. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Hitze. So. Ja, dann schauen wir doch mal. Die Maskenwoche, die geht an denjenigen hier. Ah, ich habe noch den alten Namen hier drauf. Moment. Ich sage euch aber den neuen Namen. Weil das für mich einfach einfacher ist. Es ist für mich einfach einfacher, mir den zu merken. Aber ich will dir nochmal eben den richtigen, also den neuen Namen dann sagen. Mal gucken, wo sie ist. Ja, wo ist sie denn hin? Elke. Liebe Elke. Genau. So. Ich habe nämlich noch Dana Rolf da drauf stehen. Aber es ist die Elke Rolf. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe deine Adresse noch. Und, ja. Ich gucke mal eben, aber dürfte eigentlich kein Problem sein. Ich kann mich totkratzen. Hey, das ist Mistvier, Leute. Das ist Mistvier. Ja, wir gucken mal eben. Die müsste ja eigentlich ganz oben sein. Ja, und sonst. Ja, das ist einfach auch eklig warm, ne? Ey, du brauchst diese Wärme nicht mehr. Das ist einfach nur widerlich. Da ist sie. Die Elke. Liebe Elke. Also, liebe Elke, ähm, ne? Ich schicke dir die Box zu. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag zusammen. Ich bin raus. Bis denn. Ciao. 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 Ciao.